Hallo Chef, guten Morgen. Chef, heute bei Baustelle richtig kalt, minus 8 Grad. Hast du im Büro auch gemerkt? Deswegen du Heizung ganz hoch drehen. Ja Chef, ich war vorher auf Klo. Glaube mir, ich meine Werkzeuge kaum finden. So klein werden von dieser Kälte. Lieber weniger auf Klo gehen. Und dann, wenn wir nach Hause kommen, richtig erleichtern. Ich habe auch gemerkt, Chef, wenn man lange dulden und nichts aufs Klo gehen, dann wenn man nach Hause kommen, dann richtig Spaß machen. Da hast du 100% recht. Was ich nur fragen wollte, Chef, kannst du vielleicht bei uns da auf Baustelle in einem Zimmer Heizung machen? Dass wir ab und zu reingehen und warm machen. Heizung auf Baustelle? Keine gute Idee, okay. Warum, Chef? Weil innen warm, draußen kalt. Ah, so kann man schnell krank werden. Alles klar, alles klar. Und dann viele krank schreiben, okay, okay. Und wenn keine Heizung, dann alle Leute bewegen. Und niemand sitzt, dann hast du recht, Chef, hast du recht. Nee, nee, dann wir bewegen, kein Problem, Chef. Danke dir. Danke dir. Danke dir.